Eine Journalistin interviewt einen Taliban-Vertreter im afghanischen Fernsehen. Mit dieser Szene wollen die Islamisten Befürchtungen zerstreuen. Frauen hätten künftig nichts mehr zu sagen unter ihrer Herrschaft. Wir sind an die Scharia-Gesetzgebung gebunden, die den Frauen Rechte einräumt. Unsere Schwestern und Mütter bekommen die Rechte, die Gott für sie vorgesehen hat. Frauen sind Teil der Gesellschaft. Frauen werden in vielen Bereichen arbeiten, wenn das der Scharia entspricht. Sie werden im Bildungs- und Gesundheitsbereich arbeiten und eine aktive Rolle in der Gesellschaft spielen. Doch es gibt große Zweifel an den Beteuerungen der Taliban. Während ihrer Herrschaft bis 2001 mussten Frauen die Burka tragen, durften nicht arbeiten oder zur Schule gehen. Außerdem war es Frauen zum Beispiel verboten, laut in der Öffentlichkeit zu sprechen oder ohne männliche Begleitung das Haus zu verlassen. An dieser Mädchenschule in Herat sind die Befürchtungen groß. Die Einrichtung könnte bald geschlossen werden. Wir danken Gott dafür, dass er den Kindern Afghanistans die Möglichkeit zur Bildung gegeben hat. Hoffentlich können unsere Töchter weitermachen. Das ist eine große Chance für die Entwicklung unseres Landes. Andere Ankündigungen der Taliban haben sich bereits als Lippenbekenntnisse erwiesen. So beteuerten die Islamisten, dass alle Ortskräfte der ausländischen Truppen straffrei ausgehen würden. Die Taliban seien nicht auf Rache aus, hieß es. Trotzdem gibt es bereits Berichte über Hinrichtungen und Verhaftungen von Gegnern der Islamisten. Die Taliban haben sich bereits als Lippenbekenntnisse ausländischen Truppen.